Ich freue mich, euch nun die Diskutanten unseres heutigen Abendpodiums vorstellen zu dürfen, unseres Podiums zum Thema solidarische Antworten auf Unsicherheit, prekäre Beschäftigung und neue rassistische Spaltungslinien. Und es ist mir eine besondere Freude und für unsere Konferenz auch eine echte Ehre, muss man sagen, dass wir mit Michaela Rosenberger, der Vorsitzenden der NGG, zum ersten Mal überhaupt eine Vorsitzende aus einer DGB-Gewerkschaft hier heute begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Michaela Rosenberger. Für Verdi hatte heute eigentlich Ute Kittel vom Verdi-Bundesvorstand mit uns diskutieren wollen. Sie musste sehr kurzfristig absagen wegen einer aktuellen Tarifauseinandersetzung im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Wir bedauern Absagen immer, aber ich finde, der Grund wird hier auf dieser Streikkonferenz auf jeden Fall akzeptiert. Und ich bin sehr froh, dass der Kollege Matthias Winema, der Landesfachbereichsleiter vom Fachbereich Besondere Dienstleistungen, vom Fachbereich 13 hier aus Hessen, sich bereit erklärt hat, so kurzfristig an ihrer Stelle mit uns zu diskutieren. Toll, Matthias, dass du da bist. Und ich begrüße Bernd Rixinger, den Parteivorsitzenden der Linken und ehemaligen Geschäftsführer von Verdi Stuttgart. Herzlich willkommen, Bernd Rixinger. Bernd ist unseren Konferenzen schon lange eng verbunden und man kann sagen, du standest gleichsam an der Wiege dieses ganzen Projektes. Als wir die erste Konferenz vorbereitet haben, war Bernd halt noch Geschäftsführer von Verdi in Stuttgart. Wir wären damals nicht auf die Idee gekommen, dass du als Parteivorsitzender nach Berlin gehen würdest. Ich glaube, du damals auch nicht. Umso froher sind wir, wie treu du uns geblieben bist und auch heute Abend hier wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen, Bernd Rixinger. Wir haben jetzt für den heutigen Abend keine Plenumsdiskussion vorgesehen, auch wegen der Zeit wird das zu knapp werden. Es wird viel Raum für Austausch und Diskussion untereinander und viel Möglichkeit selber zu Wort zu kommen geben in den Arbeitsgruppen als Zentrum der Konferenz in den nächsten Tagen. Ich glaube, heute Abend schaffen wir schon alle eine rein zeitliche nicht. Ich würde gerne zunächst mit euch anknüpfend an das Input von Miguel noch mal diskutieren wollen und auch die erste Frage noch mal an Michaela richten, ausgehend auch von dem, was Miguel berichtet hat. Wie ist es in deinem Organisationsbereich, im Organisationsbereich der NGG? Arbeiten da viele neue Migrantinnen aus Südeuropa oder auch Geflüchtete in eurem Organisationsbereich? Wie sehen die Probleme aus? Wie reagieren bei euch, die Kolleginnen, auf die Neuankömmlinge? Und gibt es auch vielleicht konkrete Erfahrungen schon mit gemeinsamer Organisation, mit gemeinsamen Kämpfen von neuen Migranten, von Geflüchteten und Gewerkschaftern bei euch? Genau, für so einen kleinen Einblick, wie ist die Situation Michaela? Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank auch, dass ich heute Abend hier auf dem Podium sitzen darf. Die Freude ist nicht nur ganz meinerseits, sondern es ist mir auch eine Ehre, hier heute bei euch zu sein, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank dafür. Die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Ich vertrete einen Organisationsbereich, nämlich die Gewerkschaft Nah- und Genuss Gaststätten, die unter anderem auch das Hotelgewerbe vertritt. Und im Hotelgewerbe haben wir schon immer unglaublich viele Migranten auch arbeiten. Deswegen ist das, was ich jetzt dazu sagen kann, auch sehr differenziert zu sehen. Zum einen sind wir und vor allen Dingen das Gastgewerbe recht stolz darauf, immer wieder sagen zu können, wie bunt diese Branche auch ist. Und deswegen ist es uns auch in der Vergangenheit immer mal wieder gelungen, gemeinsame Aktionen mit dieser Branche zu machen, die ja auch Touristen aus aller Welt willkommen heißen will. Was passieren kann, wenn man das nicht macht? Das sieht man im Übrigen gerade in Dresden. Da geht der Schuss nämlich ganz schön nach hinten los. Ich glaube, Dresden ist eine der wenigen Großstädte in Deutschland, die momentan zu wenig Touristen als zu viel haben, weil die Menschen sich einfach nicht mehr trauen, Dresden noch zu besuchen. Aber auf das Thema kommen wir ja später noch zu sprechen. Also eigentlich ist es eine Branche, die traditionell, könnte man fast sagen, immer mit unglaublich vielen Migranten gearbeitet hat und das natürlich auch heute noch tut. Das ist zum einen und erst einmal sehr positiv, heißt aber in der Realität für uns häufig das Gegenteil. Gerade das Gastgewerbe war die Branche, die Arbeitgeber waren diejenigen, die sich händeringend zum Schluss schon fast verzweifelt gegen die Einführung des gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns gewährt haben. Das heißt also, ja, sie arbeiten gerne mit Migranten zusammen, aber quasi zu ihrem Preis. Und da sind 8,50 Euro offensichtlich schon viel zu viel. Und sie haben, und da kann ich jetzt an Miguel anknüpfen, das eine oder andere Problem mit der Mitbestimmung. Das heißt also, sich im Hotel- und Gastgewerbe zu organisieren, dort dann gar einen Betriebsrat gründen zu wollen, ist per se schon nicht ganz so einfach. Wenn man dann allerdings auch noch dort arbeitet und beispielsweise Sprachschwierigkeiten hat, dann traut man sich schon mal gar nicht. Also die Menschen dort werden grundsätzlich oft genug, wird dort versucht, sie klein zu halten. Und das passiert, oder das ist natürlich mit Menschen, die darauf angewiesen sind, hier bleiben zu können, die Sprachprobleme haben, noch mal sehr viel einfacher. Deswegen habe ich den Berichten von Miguel auch sehr genau gelauscht. Er ja auch gesagt hat, was für Probleme er damals in der Pizzeria hatte und Gewerkschaften dort nicht stattfanden. Miguel hat aber auch selber die Antwort in seiner Ausführung gegeben, wir sind einfach zu wenig, Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretäre, um überall vor Ort zu sein. Das heißt, man muss unsere Hilfe anfordern, damit wir kommen können und damit wir dieses Problem dann auch sehen. Und ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen. Wir haben vor einiger Zeit, vor drei Jahren, ein Projekt gestartet in der Fleischwarenindustrie. Auch eine Industrie, in der vor allen Dingen sehr viel Wanderer, sehr viel Leiharbeiter, sehr viel Werksverträgler arbeiten. Aus Osteuropa vor allen Dingen kommen. Und wir haben dort ein Projekt gestartet mit einem rumänischen Kollegen, der auch aus der Fleischwarenindustrie kommt, der hervorragend Deutsch spricht. Und den ja quasi als Organiser versucht, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Fleischwarenindustrie in Kontakt kommen zu lassen. Dieses Projekt ist gescheitert und es ist deswegen gescheitert, weil es zwar Erstkontakt gegeben hat, aber immer wenn es darum ging, diesen Menschen zu helfen, wir jedes Mal Dolmetscher brauchten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Dolmetscher kosten. Wir haben unheimlich hohe Dolmetscherkosten gehabt. Wir haben so gut wie keine Beiträge gesehen bekommen. Klar, das sind Leiharbeiter. Und bevor wir auch überhaupt oder häufig genug, bevor wir helfen konnten, waren die Kollegen auch gar nicht mehr greifbar. Für uns war ein Riesenproblem, dass zumindest wir kleinen Gewerkschaften, da bin ich sicher, nur über den DGB, nur über einen Verband leisten können, indem wir gemeinsame Projekte daraus machen und nicht im Klein-Klein sind. Gemeinsame Projekte, dann haben auch wirklich Aussicht auf Erfolg und sind auch tatsächlich möglich. Wenn wir es wirklich schaffen wollen, an die Kolleginnen und Kollegen zu kommen, dann müssen wir, das hat Miguel gesagt, müssen wir investieren, da hat er auch recht, da müssen wir einen Organiser, da müssen wir ein Personal investieren. Das müssen wir vor allen Dingen aber auch gewerkschaftsübergreifend machen. Das ist möglich. Findet im Übrigen auch statt, immer mal wieder, dass Regionen untereinander, Verwaltungsstellen untereinander das hinkriegen. Noch viel schöner wäre es, wir würden es insgesamt und bundesweit hinbekommen. Weil das Problem wird größer werden. Noch sind von den Geflüchteten kaum welche auf dem Arbeitsmarkt da. Jetzt kennt die Zahlen. Die großen Bekundungen, die da gemacht worden sind, die sind ja kaum eingehalten worden. 54 Geflüchtete arbeiten, jedenfalls sind das die Zahlen, die ich habe, bei den DAX-Unternehmen. Also das ist für das, was versprochen wurde, ist das absolut nichts. Aber ich bin sicher, es wird, und das ist auch Hoffnung, das wird passieren, dass diese Menschen dann tatsächlich auch in unseren Organisationen, in den Betrieben zu finden sind. Und dann, wenn wir nicht wollen, dass sie einfach nur Spüler bleiben, in der Küchenhilfen bleiben, sondern dass sie tatsächlich in dieser Gesellschaft ankommen, dann brauchen sie unsere Unterstützung dafür. Und jetzt höre ich erst einmal auf. Vielen Dank, Michaela, für diese ehrliche Bestandsaufnahme. Matthias, bei der letzten Konferenz hatten wir ja in Hannover damals deinen Kollegen Peter Bremme vom Fachbereich Besondere Dienstleistungen aus Hamburg im Plenum sprechen. Er berichtete uns damals, wie Verdi in Hamburg 200 Flüchtlinge aus Westafrika von der Gruppe Lampedusa in Hamburg kollektiv aufgenommen hatte in die Gewerkschaft. Und ich bin ja selber auch, ja, ich bin ja selbst auch alter Hamburger. Ich fand das wunderschön damals im Gewerkschaftshaus ein Willkommens-BBQ von Verdi für die neuen Mitglieder. Oder auch in Demonstrationen die Kollegen aus Afrika mit den Verdi-Mützen und den Verdi-Fahnen enthusiastisch mit dabei. Aber Peter berichtete damals auch, dass es neben großen Sympathien für diese Aufnahme ja auch viel Kritik in der Organisation und Widerstände dagegen gab, bis hin zu Abmahnungen und so weiter. Und da würde mich natürlich sehr interessieren, wie dein Eindruck ist, ob sich die Debatte in der Organisation seitdem noch mal weiterentwickelt hat, ob sie weitergeführt wird. Und aber auch darüber hinaus, gerade in deinem Organisationsbereich, dem Fachbereich Besondere Dienstleistungen, der ja insbesondere einer ist, der mit prekären Beschäftigungsverhältnissen konfrontiert ist. Was für Erfahrungen macht ihr da? Wie reagieren die Kolleginnen auf neue Arbeitsmigranten, auf Geflüchtete, die ankommen? Gibt es Erfahrungen von gemeinsamen Kämpfen, von denen du berichten kannst? Genau. Matthias Winnehmer, Landesfachbereichsleiter, Besondere Dienstleistungen von Verdi in Hessen. Du hast das Wort. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier auf dem Podium sitzen zu dürfen. Ute Kittel, wie gesagt, hat sehr kurzfristig absagen müssen, weil uns in dem Tarifstreitbewachungsgewerbe irgendwie es gerade so droht, dass der Arbeitgeberverband sich auseinander zerlegt. Und das für unsere Tarifverträge in einzelnen Bundesländern ziemlich harte Konsequenzen haben könnte. Deswegen hatte sie dort einen Termin und bittet euch herzlich um Entschuldigung. Und ich soll euch sehr herzlich grüßen alle. Ja, zum Thema. Peter ist ja mein Kollege als Landesfachbereichsleiter in Hamburg. Lampedusa damals, das war eine Hamburger Situation aus dem auch persönlichen Engagement von Peter eben auch heraus, mit Lampedusa, mit den Flüchtlingen dort. Wir haben, es gab eine ziemlich heftige Diskussion in Verdi darum, mit Peter damals vor zwei Jahren. Wir als Landesfachbereichsleiter haben uns damals sehr deutlich positioniert und haben Peter unterstützt in der ganzen Situation, dass wir das gut fanden, was er dort gemacht hat. Nur eben, wie gesagt, vor dem Hintergrund, das war eine ziemlich spezielle Hamburger Situation aus seinem Umfeld, wie das Ganze dann eben auch entsprechend gelaufen ist. Mir ist jetzt nichts bekannt. Es gab vor längerer Zeit in München mal eine ähnliche Situation. Da ging es aber eher um Wanderarbeiter. Da bei den Wanderarbeitern ist damals, was du auch geschildert hast, ist genau das passiert auch, dass die Kollegen irgendwann auch nicht mehr auffindbar waren und mehr oder weniger das allein daran auch gescheitert ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema hat sich im Prinzip, nachdem das mit Lampedusa da in Hamburg war, eigentlich nicht mehr gestellt und ist im Moment auch, zumindest so wie ich es jetzt in Verdi verfolge, eigentlich kein Diskussionsthema mehr. Also, das ist jetzt mein aktueller Stand, auch im Fachbereich letztendlich nicht mehr. Und die Kollegen in Hamburg machen dort eine sehr gute Flüchtlingsarbeit, aber eben nicht vor diesem Hintergrund entsprechend. Zu der eigentlichen Frage mit der Organisation. Du hast ja schon gesagt, Verdi-Organisationsbereich Gesundheitswesen. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Wir haben sicherlich auch noch Bereiche wie Spedition und Logistik, Monika, wo sehr viele Migranten dann auch so als erstes dann auch unterkommen. Ich würde jetzt erst mal so etwas auch zum Thema Bewachung, wo relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die eben neu nach Deutschland kommen, auch unterkommen können. Gerade auch Luftsicherheit, wo eben noch sehr viele Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden. Und dort, ja, Sprachprobleme, ja, Vertrauensprobleme, aber es ist dann auch eine Sache, wir können sicherlich es nicht leisten, dass wir jetzt für jede Sprachgruppe einen Organiser letztendlich haben. Aber wir haben, zumindest in den größeren Firmen, entsprechende Vertrauensleute. Vertrauensleute aus aller Herren Länder, die entsprechend auch die Kollegen ansprechen, die mit den Kollegen reden, die dann im Zweifelsfall auch mal dolmetschen. Und die den Kollegen helfen. Das funktioniert sehr gut. Und wenn wir jetzt über den Flughafen gehen, oder Guido sitzt ja auch hinten, wenn er in die Flüchtlingsunterkünfte eben auch entsprechend geht, um dort eben die Kollegen zu besuchen, dann haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die eben uns auch helfen, uns übersetzen, uns eben auch bei Problemen helfen, damit wir die organisieren können. Und dann kann es eben auch, dann können auch Betriebsräte gewählt werden, dann können wir bei Rechtsproblemen helfen. Und dann können wir das Ganze auch machen. Das ist natürlich eine Kernerarbeit. Und es ist klar, du hast es auch gesagt, Problematik, Vertrauen, Misstrauen in Gewerkschaften, in anderen Ländern, in Osteuropa, in Südeuropa. Das ist ein hartes Stück Arbeit, dieses Vertrauen zu gewinnen, aber es gelingt oft auch. Des Weiteren, gemeinsame Kämpfe. Ja, also wenn wir Arbeitskämpfe führen, da sind alle Kolleginnen und Kollegen dabei. Und wenn wir eben jetzt gerade im Bewachungsgewerbe einen Arbeitskampf führen, dann sind im Zweifelsfall ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die dann eben draußen stehen, haben irgendeinen Migrationshintergrund, sind im Zweifelsfall auch noch relativ frisch dabei. Ich habe es gerade eben auch mal kurz überflogen, in unserer Tarifkommission Luftsicherheit sind zwei Drittel der Kolleginnen und Kollegen nicht deutscher Herkunft. Also die entsprechend dort das machen. Und das geht von Pakistan über Westafrika, Arabien bis russische Föderation. Also da ist im Prinzip alles drin vertreten. Über dieses ganze Umfeld, über diese Sache, es funktioniert, aber es ist natürlich eine entsprechende Arbeit. Dann eben auch, teilweise hat man dann natürlich auch entsprechende Konflikte, die dann da sind, auf die man dann entsprechend eingehen sollte, muss. Aber es funktioniert. Und das sind sicherlich auch Leuchttürme. Und wir haben sicherlich genauso Bereiche, wie jetzt bei euch in der NGG im Gastgewerbe, wo wir letztendlich, wo du nicht reinkommst und wo du einfach auch das Problem hast, Buden, die einfach zu sind, wo dich eben ein Geschäftsführer jetzt, wo man einfach letztendlich da nicht reinkommt. Das muss man dann einfach auch so feststellen. Und wenn wir denn die Möglichkeit haben, dort eine Tür zu öffnen und eben auch über Kolleginnen und Kollegen, dann werden wir da sicherlich auch reingehen. Das andere Thema, ja, die meisten Flüchtlinge, die jetzt im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind, sind auf dem Arbeitsmarkt letztendlich ja noch nicht angekommen. Es gibt so, ihr hattet eben die Zahl genannt, mit den DAX 30 Sachen, der TÜV in Hessen rühmt sich damit, dass er einen syrischen Flüchtling beschäftigt, der Aufzugskontrolleur ist. Also solche Sachen gibt es, aber ich glaube, das ist jetzt noch keine Sache, wo es man jetzt groß verallgemeinern könnte. Danke, Matthias Winema. Bernd, du bist ja mittlerweile nicht nur Gewerkschafter, also was heißt nur, aber du bist eben nicht nur Gewerkschafter, sondern eben auch inzwischen Vorsitzender der größten Oppositionspartei in diesem Lande. Meine Frage an dich wäre, hier wird ein bisschen gelacht, da scheinen es so Unklarheiten drüber zu geben, also auf Grundlage des letzten Wahlergebnisses sagen wir mal, der größten Oppositionspartei in diesem Lande. Welche Rolle kann denn eine linke Partei in Bezug auf die Überwindung von diesen neuen rassistischen Spaltungslinien spielen? Wie kann sie zu gemeinsamen Kämpfen zwischen Beschäftigten, die schon lange hier leben und solchen, die neu hinzukommen, spielen? Und wie kann eine linke Partei, kann linke Politik auf die zunehmenden rassistischen Vorbehalte auch unter Arbeitnehmern reagieren? Ja, wir sind tatsächlich die größte Oppositionspartei. Im Bundestag, ne? Ja, komplizierte Frage, keine einfachen Antworten, aber ich will noch ein bisschen grundsätzlicher werden. Ich glaube, dass wir tatsächlich diese Fragen, wie kriegen wir das hin, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft quasi eine Organisierung der ganzen Migranten erreichen und dass wir diese Spaltungslinien nicht vertiefen. Da kommt ein Riesenproblem auf uns zu. Wir kriegen praktisch jetzt rund 1 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge, die mehr oder weniger in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wir haben aber auch eine Riesenzuwanderung in den EU von den EU-Ländern, Spanien, Griechenland, und die treffen bei uns auf einen Arbeitsmarkt, der im hohen Maße fragmentiert und präkarisiert ist. Und es ist ja kein Geheimnis, dass das Kapital die Migration immer schon benutzen will und es benutzt hat, um quasi in diesen präkarisierten Verhältnissen mit Hilfe praktisch der Migration Dumpinglöhne und schlechtere Arbeitsbedingungen durchzusetzen und die Gruppen gegeneinander auszuspielen. Es ist nichts Neues. Und ich habe eine spanische Familie oder eine alleinerziehende Mutter, die bei uns im Haus wohnt. Nur als Beispiel, die ist gekommen, weil sie in Spanien keine Arbeit mehr gefunden hat. Und die hat jetzt den fünften oder sechsten Job. Zuerst war sie bei UPS. Ganz schwere Arbeit. Es hat sich dann nach längeren Gesprächen herausgestellt, dass sie aber nicht bei UPS war. Sondern eben bei einer Werkvertragsfirma von UPS. Schlechter bezahlt, schlechter entgolden und schlechter behandelt und kein Tarifvertrag. Dann kam sie irgendwann ganz stolz und sagt, sie wäre jetzt bei Lufthansa. Sag ich, ich glaube nicht, dass du bei Lufthansa bist. Doch, ich habe ein Schild, da steht Lufthansa drauf. Tatsächlich war sie nicht bei Lufthansa, sondern war sie bei einer Leiharbeitsfirma, die Lufthansa beschäftigt hat. Nach kürzester Zeit ist sie dort wieder weggegangen. Dann war sie im Ausfahren praktisch von Lebensmitteln für die älteren Leute. Auch quasi eine Dumpinglohnfirma. Bis sie dann jetzt irgendwie bei ihrem ursprünglichen Beruf gelandet ist als Friseurin, wo sie quasi eigentlich einen 30-Stunden-Vertrag hat, aber 40 Stunden arbeiten musste, um für 30 Stunden bezahlt zu werden. Das ist ein Schicksal, das natürlich nicht nur die Migrantinnen und Migranten haben, aber völlig klar, alle, die hier reinkommen, werden maximal in diesen Arbeitsverhältnissen landen. Und dort benutzt, um quasi die sozialen und sonstigen Voraussetzungen noch weiter zu drücken. Und wir haben diesen Arbeitsmarkt sowieso. Der hat sich verfestigt und 25 bis 30 Prozent sind in prekäre Arbeitsverhältnisse abgedrängt in Deutschland. Und das ist irgendwie nicht Zufall, sondern das ist fester Bestandteil dieses industriellen Modells, dieses Dienstleistungsmodells, dieser Formation des Kapitalismus, dass sie maximal mit 60 Prozent Kernbeschäftigten arbeiten, der Rest sind quasi die Leiharbeiter, Werkverträgler, Beschäftigte auf Abruf, Mini- und Midijobs, befristete Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeitsverhältnisse und das ist nicht mehr abhängig von der Konjunktur, sondern fester Bestandteil der Struktur, das wird einkalkuliert, wenn die Konjunktur schlechter wird, wird es höchstens noch schlechter. Also ich war vor kurzem in den USA, dort ist die Präkarisierungsquote 40 Prozent, bei uns ist sie 25 bis 30 Prozent. Ich bin absolut überzeugt, wenn es da keine Gegenstrategien gibt, wird quasi diese Struktur noch viel mehr verfestigt und wird noch mehr Bestandteil und die ganzen Migranten landen genau in dieser Struktur. Es gibt natürlich und wir müssen wissen, dass diese Struktur auch politisch gewollt war. Also die ganzen Agenda-Gesetze, die ganze Deregulierung des Arbeitsmarktes hatte kein anderes Ziel als den breiten Niedriglohnsektor durchzusetzen und genau diese Deregulierung, die quasi in der kapitalistischen Entwicklung angelegt war, politisch zu untermauern und zu erleichtern. Das müssen wir wissen, das wird nicht von alleine wieder beiseite geschafft, sondern das muss ganz strukturelle Sache und die muss auch ganz grundsätzlich bekämpft werden. Und ich glaube, es gibt neben vielen negativen Zügen der Gewerkschaftsbewegung gibt es auch einen guten. Der quasi nach dem Grundsatz, ja, es gibt mehrere Grundsätze. Der eine ist, dass durchaus in dieser prekarisierten Struktur Menschen, die in Kernbelegschaften sind, sich nach unten abgrenzen. Also es gibt eine mitten-unten- Abgrenzung, das ist, glaube ich, die rechte Lösung. Der gleiche Mechanismus, wie sich Kernarbeiter von den prekären oder von den Leiharbeitern abgrenzen, um die eigene Position erhalten zu können. Das machen ja auch Betriebsräte mit, da darf man sich ja nicht drüber hinweg täuschen. Das hat das System. Der gleiche Mechanismus funktioniert natürlich auch gegenüber den Flüchtlingen. Also Abgrenzung nach unten ist die gleiche Lösung wie Abgrenzung nach außen. Das müssen wir wissen. Es gibt aber natürlich auch eine solidarische Lösung, dass man sagt, die prekären und die Kernbelegschaften verbünden sich, weil sie eigentlich gleiche Interessen haben, gegen die da oben. und es gibt durchaus in der Gewerkschaftsgeschichte immer viele Beispiele, wo die Gewerkschaften gesagt haben, in dem Augenblick, wo das Kolleginnen und Kollegen von uns sind, sind die keine Schutzsuchenden mehr oder nicht mehr Leuten, denen man helfen muss, sondern die gehören zur Arbeiterklasse und die müssen wir organisieren und müssen gemeinsam mit den Kolleginnen, die schon in Deutschland arbeiten, ihre Interessen organisiert gegenüber der Kapitalseite vertreten. Ich glaube, das ist quasi der Ansatz. Das ist der Ansatz, den wir wählen sollten. Der ist durchaus schwer. Der rechte Ansatz ist gerade hoffähiger, das sehen wir ja am Aufkommen der AfD und ich glaube, der linke Ansatz, quasi einen solidarischen Ansatz zu formulieren und einen klassenbezogenen Ansatz, der ist komplizierter, anstrengender und wird noch viel Arbeit von uns erfordern, weil wir gerade die Situation haben, dass das oft bereits verfestigte, fragmentierte Arbeitsmarktverhältnisse trifft und dadurch erscheint, wie wenn das ein Konkurrenzverhältnis wäre, das da hergestellt wird. Ich glaube aber, dass das beste Mittel, ich hoffe, ich habe noch Zeit, das nachher in der zweiten Runde ein bisschen auszuführen, wie das konkret aussehen kann und was auch meine Erfahrungen sind, dass natürlich der beste Ansatz ist, gemeinsame Organisierung und gemeinsame Kämpfe und ich habe natürlich viele Streiks mitorganisiert bei H&M, auch im Sicherheitsgewerbe, im Krankenhaus, wo überall sehr viele Migrantinnen in erster Linie arbeiten und ich kann euch sagen, die sind die aktivsten und die konsequentesten in den Streik Auseinandersetzungen das war im Übrigen auch in den 60er Jahren in der Metallindustrie so, wo das Modell ein bisschen war, deutsche Facharbeiter haben die ausländischen Bandarbeiter angeführt, aber das waren die eigentlichen Streiktruppen. Meine Erfahrung ist durchaus, dass im Dienstleistungsgewerbe, wo diese prekarisierten Verhältnisse sind, die Migrantinnen und Migranten und insbesondere die Frauen, das muss ich an der Stelle auch mal deutlich sagen, die konsequentesten Streiker waren. Und im Einzelhandel hätten wir ohne die niemals den Flächentarifvertrag erhalten. Und die hatten ein Verhältnis, das durchaus, von dem viele deutschen Kolleginnen und Kollegen noch ein bisschen was lernen können und das wir bestärken sollen. Die haben immer gesagt, ich verkaufe hier meine Arbeitskraft, aber ich verkaufe mich nicht mit Haut und Haaren und ich habe noch meinen Stolz. und bei Sarah war ein Streik auslösender Faktor, weil Sarah vorschreiben wollte, welche Ohrringe die tragen sollten. Und da haben die gesagt, die Deutschen hätten sich glaube ich schon dran gewöhnt, aber die haben gerade die Migrantinnen haben gesagt, nein, das lassen wir uns nicht gefallen, über unsere Ohren bestimmen wir selber. Und das hat wirklich dazu geführt, dass die in Streik rausgegangen sind. Also ich möchte da durchaus ein bisschen eine positive Stimmung reinbringen, obwohl ich weiß, was da wirklich passieren wird die nächsten Jahre und welche Herausforderungen wir haben werden, aber ich möchte doch auch ein bisschen deutlich machen, dass wir da auch auf Kultur und Traditionen der Solidarität zurückgreifen können, vielleicht nicht bei den Flüchtlingen Direkt. Wer das als neu revolutionäres Subjekt bezeichnet, der lebt in einer anderen Welt, aber die, die integriert werden, die im Arbeitsprozess drin sind, sind quasi Leute, die durchaus richtig gute Streiker werden können und wir sind hier auf einer Streikkonferenz und in diesen Streiks wachsen natürlich die Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Herkunftsländer vollkommen zusammen und entwickeln auch ein kulturelles und solidarisches Verhältnis und das müssen wir natürlich absolut befördern. Ja, danke Bernd. Bevor wir gleich uns noch mal dem richtig dicken Brett der schwierigen Frage widmen wollen, des Aufstiegs der AfD und des Umgangs damit, kurz noch mal etwas Erfreulicheres. Ich möchte noch mal zwei Kollegen begrüßen, die zwischenzeitlich hier reingekommen sind, die euch noch mal vorstellen, kurz und zeigen. Das eine ist der Kollege André Hämmerle, vielleicht kannst du einmal kurz aufstehen, André von der CGT aus Frankreich. In Frankreich gab es ja große Kämpfe in diesem Jahr. André wird uns morgen hier in diesem Plenum davon berichten. Er ist jetzt gerade vom Flieger gekommen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass du hier mit uns dieses Wochenende diskutieren wirst. Abgeholt hat ihn und auch den wollte ich euch kurz vorstellen, Hans-Jürgen Hintzer. Vielleicht stehst du auch kurz auf, Hans-Jürgen ehemaliger Bundesstreikbeauftragter der NGG. Ich glaube, du hast in deinem Leben 164 Streiks betreut und mit durchgeführt. 164. Hans-Jürgen ist ein Urgestein der Frankfurter Gewerkschaftsbewegung. Wir freuen uns sehr, dass du hier heute auf dieser Konferenz mit dabei bist. Genau, das war für die gute Laune. Jetzt allerdings wird es noch mal schwieriger. Ich wollte jetzt noch mal mit meinen drei Diskutanten hier mich der Frage noch mal zuwenden des Aufstieges der AfD. Ich glaube, es ist offensichtlich, das gesamte politische Welt wird dadurch verschoben. Wir sehen dramatische Zahlen ja auch bei so Umfragen oder Wahlauswertungen, dass in Berlin zum Beispiel 23 Prozent der Arbeiter AfD gewählt haben. Das ist sogar 14 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder waren. Meine Frage dazu ist eine kurze Sache, aber die Antworten sind bestimmt nicht einfach. Warum ist es zum einen so? Warum wählen so viele Arbeiter und auch Gewerkschafter die AfD und zum anderen und vor allem aber auch wie können Antworten darauf aussehen? Ich würde euch einfach in der gleichen Reihenfolge bitten, dazu noch mal zu sprechen. Also Michaela, Matthias und dann Bernd. Ja, danke. Um hinten anzufangen, wir suchen gerade Antworten. Ja, wir diskutieren auch gerade innerhalb unserer hauptamtlichen Mannschaft dieses Thema ganz, ganz intensiv, weil auch das gehört zur Wahrheit dazu und das wissen auch die anderen Einzelgewerkschaften. Wir natürlich nicht nur Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben, die die AfD wählen, sondern wir haben auch ehrenamtliche Funktionäre zum Teil dort zu finden, was für uns noch mal schlimm ist. Das Phänomen aber zunächst einmal, dass auch Arbeiter, Arbeiterinnen, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter weit rechts wählen, das ist für uns kein Neues. Das hatten wir in der Vergangenheit auch immer, das ist, was für uns jetzt die Überraschung ist, ist, dass es jetzt halt so massiv passiert. Bernd Rixinger hat eine der Antworten eben gegeben. Eine der Antworten ist natürlich die Agenda 2010. Eine der Antworten ist die Deregulierung des Arbeitsmarktes und eine der Antworten ist die Angst der Menschen, die mangelnde Sicherheit, die sie verspüren. Ich komme aus Hamburg, hier in Frankfurt, das ist, glaube ich, nicht wirklich anders, wenn Menschen tatsächlich plötzlich greifbar und spürbar mitbekommen, dass ihr Wohnraum gefährdet ist, dass sie quasi runterrechnen können, wie lange sie sich das noch bezahlen, leisten können und spätestens aber, wenn sie denn mal ihren Arbeitsplatz verlieren sollten oder auch in Rente gehen, wissen, sie werden ausziehen müssen, sie können sich das Leben in ihrer Stadt, in der sie groß geworden sind, sozialisiert sind, nicht mehr leisten, dann macht das den Menschen Angst. Das macht den Menschen Angst, wenn sie Jahrzehnte geschuftet haben und dann arbeitslos werden. Wir haben jetzt gerade, wir haben sie immer die Beispiele, jetzt gerade schmerzhaft müssen wir erleben, dass British American Tobacco in Bayreuth 950 Arbeitsplätze vernichtet. was passiert denn mit Menschen, die jahrzehntelang dort gearbeitet haben, die einen tollen Job gemacht haben und plötzlich landen sie im ALG 1 und in allerkürzester Zeit sind sie dann möglicherweise Hartz-Vierler. Wie fühlen sich diese Menschen, was macht das mit denen, was macht das mit uns, wenn wir wissen, dass wenn wir, obwohl wir jahrzehntelang malocht haben, 45, mindestens, so gut wie keine gesetzliche Rente mehr bekommen, das alles macht glaube ich unglaublich viel mit Menschen, was macht das mit Menschen, wenn sie in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, wo kommen denn eigentlich diese Jobs wunderher? Also in unserem Organisationsbereich stellen wir tatsächlich fest, dass gute Arbeitsplätze abgebaut werden und dafür schlechte neue entstehen. Wir haben das Problem, wenn es sich innerhalb von einem Jahrzehnt Leiharbeit oder noch nicht mal einem Jahrzehnt Leiharbeit verdoppelt. All das sind Realitäten, mit denen wir es hier zu tun haben und das glaube ich verunsichert die Menschen. Die AfD hat es jetzt hervorragend verstanden mit der Angst, der Menschen zu spielen. Sie haben auch ihren Sündenbock gefunden. Dazu brauche ich glaube ich aber in diesem Kreis nichts zu sagen, wie absurd es tatsächlich ist, dass Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise Sorge davor haben, dass wir zu viele Menschen hier haben, die keine Christen sind. Das ist wirklich absurd. Und trotzdem spielen sie auf dieser Klaviatur absolut erfolgreich. Das treibt uns um und was wir versuchen müssen und auch versuchen ist, dagegen zu halten. Und dagegen halten können wir nur, wenn wir ganz konkret mit den Menschen in den Betrieben reden. Wir können nur dagegen halten, wenn wir das Thema immer wieder auch auf Betriebsversammlungen zur Sprache bringen. Wir können nur dagegen halten, wenn wir uns Gewerkschaften einig darüber sind, dass wo immer wir die Gelegenheit dazu haben, wir uns gegen Pegida und AfD ganz offen positionieren. Und ja, das kostet uns manchmal das eine oder andere Mitglied. Das stimmt, aber dann sage ich in diesem Kreis auch ganz offen Scheiß drauf. Dann ist das so. Und damit wir das nicht unvorbereitet machen, ist es tatsächlich so, dass wir ganz viele Materialien in der Vergangenheit entwickelt haben, damit wir auch wirklich in die Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen treten können. Wir erleben es, dass auf Betriebsversammlungen, wenn wir dieses Thema ansprechen, Menschen aufstehen und gehen. Die werden wir auch nicht erreichen. Aber ich glaube, es gibt viele, die können wir erreichen. Und das werden wir natürlich, oder wir werden uns das Leben als Gewerkschaften auch schwerer machen, wenn wir die Agenda 2010-Fahne hochtragen. Auch das kann es nicht sein. Wir müssen die Sorgen ernst nehmen. Und uns zu sagen, das war eine der wichtigsten Reformen und auch schön Europa ist sozusagen neidisch auf unsere Agenda 2010. Und dann anzugucken, du hast es gesagt, ihr habt es gesagt, was in Europa derzeit seit der Bankenkrise passiert ist, wie die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusammengeschnitten worden sind und von Gewerkschaften. Wir kommen auch auf das Thema noch, dass wir kaum mehr Flächentarifverträge haben, dass nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa plötzlich auch die Mittelschicht betroffen ist. Dann so darauf zu reagieren, da kann man eigentlich nur noch sprachlos sein, da fällt einem nichts mehr ein. Also, was wir aber tun, wir halten dagegen, wir sprechen, wir diskutieren mit den Menschen und wir hoffen nicht nur, sondern wir sind uns ganz sicher, dass wir an der einen oder anderen Stelle die Menschen mit den Gesprächen, mit Diskussionen abholen und uns ganz klar auch gegen all das positionieren, was diese Menschen, ich habe es eben gesagt, in diese Sorgen auch gestürzt hat. Ja, jetzt kommt bei mir der alte Wahlforscher noch mal durch. Ich habe mir mal von den Kolleginnen und Kollegen aus meiner alten Profession mal so die Wahlanalysen noch mal geben lassen, mal rausgesucht. Keine Angst, wird keine längere Sache. Aber allein jetzt mal für Berlin, um mal zu schauen, wer hat denn die AfD gewählt? Und wenn man sich das anschaut, dann haben die meisten Wähler der AfD gesagt, sie haben Angst. Sie haben Angst vor der Zukunft und Angst vor dem Abstieg, vor dem sozialen Abstieg. Das ist eine Aussage, wo an relativ hohe Werte auf diese ganzen Sachen. Dazu, wenn man sich dann anschaut, wo kommen denn die Wähler der AfD her? Ihr habt vielleicht verfolgt bei den letzten Wahlen, die Wahlbeteiligung ist sehr deutlich angestiegen. Davon hat hauptsächlich die AfD profitiert. Das heißt, die AfD hat Wähler organisiert, die die ganze Zeit nicht gewählt haben, keine Partei gefunden haben, gesagt haben, sie gehen nicht wählen, sie wollen, machen es einfach nicht. Und sie haben von allen anderen Parteien dazu gewonnen. Also es gibt keine Partei, AfD ist ja jetzt auch in der Regel erst zum ersten Mal angetreten, aber sie haben aus dem Wählerreservoir aller Parteien gewonnen. Und wenn man sich dann noch mal Wahlmotive anschaut, dann war jetzt für Berlin, für die Abgeordnetenhauswahl, hat man noch mal gesehen, dass die Enttäuschung über andere Parteien, das haben 69 Prozent der AfD-Wähler angegeben. Auch die Wahlentscheidung, oft hat man ja sowas, dass Protestwahl relativ kurzfristig, teilweise erst am Wahltag oder in der Wahlkabine festgelegt wird. Die AfD-Wähler haben sich teilweise Wochen vorher schon festgelegt, dass sie die AfD wählen wollen. Das ist eine sehr stabile Kiste. Das waren ganz andere Sachen, früher in Sachsen-Anhalt mit der DVU und sonstige Sachen, wo das sich teilweise in den letzten Minuten noch geändert hat, wie das Ganze sich entwickelt. Das einfach mal so zum Hintergrund. Dann auch, ja, Gewerkschaftsmitglieder wählen, auch AfD. Es ist leider so. Ein bisschen auch diese Kiste alte Milieubindungen, wobei jetzt, glaube ich, Berlin auch nicht so das super Beispiel ist für ein Arbeitermilieu, wenn man sich das jetzt so anguckt, wie Berlin deindustrialisiert, mehr oder weniger auch dasteht. Milieubindungen lassen einfach auch nach. Das jetzt mal so ganz kurz im Groben für den Hintergrund. Du bist ja auch darauf eingegangen, welche Antworten könnten wir haben. Ich möchte jetzt einfach auch mal darauf eingehen, was können wir als Gewerkschaften machen. Und da fällt mir einfach auch ein, dass wir vielleicht in den letzten Jahren so Dinge wie gewerkschaftliche oder politische Bildung vielleicht einfach auch deutlich vernachlässigt haben. als Gewerkschaften, egal welche. Wir haben es in der einen oder anderen Tarifauseinandersetzung gemerkt, was dann plötzlich für Äußerungen von unseren Mitgliedern kommen, die überhaupt nicht mehr verstehen, wie Tarifauseinandersetzung, wie Wirtschaft, wie Klassenkampf, wie das Ganze funktioniert, wo wir gesagt haben, oh verdammt nochmal, da haben wir aber eigentlich eine ganze Menge zu tun. Und das müssen wir einfach auch wieder da rein investieren und unsere Mitglieder und die Beschäftigten einfach wieder auf einen entsprechenden Bildungsstand bringen. Und Ziel, die Ängste sind da. Und ich meine Ängste, jemanden zu sagen, du darfst jetzt keine Angst haben und du hast jetzt keine Angst, wird sicherlich nicht funktionieren. Aber zu sagen, dass deine Angst, die du hast, dass Fremdenfeindlichkeit da wahrscheinlich nicht die Lösung ist, das sollten wir vielleicht den Kolleginnen und Kollegen beibringen und ihnen einfach sagen, dass es andere Lösungen gibt und dass die Zielrichtung in eine ganz andere Richtung gehen muss, um eben zu sagen, dass ihr eben keine Angst vor der Zukunft haben müsst und dass wir eben für eine bessere Gesellschaft sorgen können. Ja, also in den Linken haben wir wirklich ja auch eine spannende und kontroverse Diskussion, wie wir damit umgehen, wie man ja auch öffentlich durchaus vernehmen kann. Also auf der politischen Ebene würde ich mal sagen, gibt es ja den Rechtspopulismus und die rechten Kräfte als große Parteien schon länger. Man kann zumindest sagen, dass man drei Sachen nicht machen darf. Das erste ist, du darfst sie nicht verschweigen. Das hat nirgendswo dazu geführt, dass sie nicht stärker werden. Das zweite ist, du darfst auf keinen Fall Positionen von ihnen übernehmen. Das macht sie definitiv stärker und macht sie hoffähig. Deswegen glaube ich auch, dass eine linke Strategie ganz richtig ist, dass man in der Frage Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtspopulismus auch als linke Partei, das gilt aber auch für die Gewerkschaften, klare Kante zeigen muss. Wenn du nicht in der Gesellschaft dort dagegen argumentierst, dagegen angehst und es auch grundsätzlich nicht so eine sozialpädagogische Frage ist, genauso wie der Umgang mit den Nazis keine sozialpädagogische Frage war, sondern man dort klar dagegen halten muss, wirst du Probleme bekommen. Drittens, es reicht aber nicht aus. Sie allein als Rassisten zu bezeichnen, auf das Feld zu gehen, wird keinen Erfolg bringen, sondern wir müssen ja die Frage stellen, warum sind sie jetzt gerade so erfolgreich? 10, 15 Prozent Leute mit rechtem Hintergrund und fremdenfeindlichen Positionen gab es schon immer. Warum wird das jetzt gerade abgerufen? Das ist vollkommen richtig, wird natürlich abgerufen, weil es auch einen starken sozialen Nährboden dafür gibt. Das ist das, was ich gerade ein bisschen auch beschrieben habe, diese ganze Fragmentierung. Und deswegen muss man natürlich diesen sozialen Nährboden angehen. Ich muss die sozialen Ursachen für die Ängste und für die Loslösung auch quasi dieser zum Teil dumpfen Gefühle und dumpfen Ansichten, die muss ich natürlich mit angehen. Wenn weiter fragmentiert wird und die Leute praktisch von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden, dann ist das eben der Nährboden für die Rechten und das verursacht diese Politik. Und das verursacht quasi diese permanente Präkarisierung in der Gesellschaft. Deswegen würde ich, weil ich mich auch ein bisschen konzentrieren will, auf die gewerkschaftliche Seite quasi dieses Problem zuerst angucken, weil da haben wir zwei Gruppen. Das eine sind doch die, die ganz unten sind. Wobei man nicht denken darf, das stimmt einfach nicht mit allen Untersuchungen über einen. Es sind nicht die unteren, die quasi überdurchschnittlich rechts wählen oder die überdurchschnittlich für Rassismus anfällig sind. Es sind alle Schichten. Muss man deutlich machen und im Kern auch alle Klassen. Und deswegen, sagen wir mal, da bloß zu sagen, weil es denen so schlecht geht, sind die dafür anfällig. Denen, denen es gut geht, sind genauso anfällig. Aber trotzdem hast du in diesem Bereich Erwerbslose, Prekäre, die quasi in einer Gesellschaft leben, wo sie unten nicht mehr rauskommen. Sie können machen, was sie wollen. Sie können noch so viel arbeiten, sie können sich überall anbieten, sie können sich anstrengen, wie sie wollen. Sie kommen nicht aus ihrer sozialen Situation raus, weil sich die verfestigt hat. Es gibt da kaum noch Durchlässigkeit. Und das sind viele Leute drum, die aus Verzweiflung rechts wählen, um den anderen zu sagen, so kann es auf keinen Fall weitergehen. Und du hast eine zweite Gruppe, die habe ich auch beschrieben, das sind die Kernbereiche. Darf man nicht unterschätzen. Klaus Dörre, ich zitiere dieses Beispiel immer, hat in einer größeren Automobilfirma in Baden-Württemberg eine Untersuchung zur prekären Arbeit gemacht. Bei dieser Untersuchung hat er die Frage gestellt, eine Gesellschaft, die jeden mitnimmt, ist nicht überlebensfähig. Nicht überlebensfähig. In einem hochorganisierten Metallbetrieb, die durchaus in der Lage sind, Streiks zu organisieren, Solidarität zu organisieren, haben 51% der Beschäftigten diese Frage mit Ja beantwortet. Das ist das, was ich als Abgrenzung nach unten und außen. Wir haben gesagt, eine Gesellschaft, die alle mitnimmt, also die quasi sozial ist und auch die sozial Schwächsten mitnimmt, ist nicht überlebensfähig. Und das spiegelt natürlich 25 Jahre neoliberale Logik wieder. Das heißt, die sind jetzt seit 25, 30 Jahren in den Konkurrenzkampf im globalisierten Kapitalismus reingejagt von ihrer Kapitalseite mit dem Bewusstsein, wer denn am besten überlebt, wer die produktivste Arbeit macht, wer quasi in Anführungszeichen am fleißigsten ist, am produktivsten ist, überlebt. Und wenn es meiner Firma gut geht, geht mir so auch gut. Und wenn welche nach Hause geschickt werden, sind es doch erstmal die Leiharbeiter, die Werkverträgler und die Befristeten, aber nicht ich. Und dieser Kerngedanke ist tief verankert. Und er hat es praktisch exklusive Solidarität genannt. Die Solidarität gilt nach innen, aber nicht nach außen. Und ich glaube, diesen Bewusstseinsstand haben im Übrigen die Gewerkschaften durchaus mit verursacht, indem sie quasi eine Endpolitisierung mit Vorschub geleistet haben. Oder indem sie diese Modelle zumindest ja auch geduldet haben. Also jede Investitionsentscheidung in einem Großbetrieb wie Daimler wird verbunden quasi mit Zusagen. Nach Produktivitätssteigerungen, nach Senkung der Fertigungstiefe, damit nach Erhöhung der prekären Arbeit. Das ist quasi schon ein Automatismus, der sich quasi eingebürgert hat. Und das löst natürlich Konkurrenzmechanismen aus und Konkurrenzdenken, auf das quasi rechte Lösungen auch zurückgreifen können. Und ich glaube, diese Sachen müssen wir ganz ernst nehmen. Das sind jetzt nicht per se Rassisten oder so, aber die sind natürlich sehr anfällig quasi für Bedrohungsszenarien von außen oder von unten. Und ich glaube, das ist ein wirklich komplizierter Prozess, wie man das lösen kann. Aber, und das löst man auch nicht nur mit Aufklärung, sondern es muss in den Gewerkschaften und auch linken Parteien einen klaren Standpunkt geben, dass wir die, ich habe ja gesagt, beide, die unten vertreten. Alle, die irgendwie sagen, die geben wir auf, weil die rechts wählen, ist völlig irrsinnig. Sondern linke Parteien und Gewerkschaften müssen sich für die gesamte Arbeiterklasse zuständig fühlen. Und für die, die auch rausgedrängt sind. Und es wird eine Riesenherausforderung, wenn wir wissen, dass heute die Tarifbindung nicht mal mehr 51% im Westen und gerade noch 37% im Osten ist. Und, ja, ich bin gleich fertig. Und das Zweite ist, du musst praktisch gemeinsame Klasseninteressen der in der Mitte und der unten formulieren. Das ist der gleiche Mechanismus mit denen draußen. Wenn du das nicht hinkriegst, dann wird sich quasi diese Spaltung und diese Spaltungslogik in ganz verschiedene Gruppen, die ja auch auf die Löhne der Kernbereiche drückt, also abstrakt ist es gar nicht so schwer, gemeinsame Interessen zu formulieren, wenn du überall von Leiharbeitern und Werkverträglern eingekreist bist, dann bist du halt irgendwann mal auch dort. Diesen Zusammenhang zu vermitteln und zu sagen, wir haben eigentlich gleiche Interessen und da geht es ganz zentral um die Frage der Regulierung der Arbeit, der Bekämpfung praktisch der Prekarisierung und Ausgrenzung und ganz massiv für die Frage der Tarifbindung. Wir müssen quasi darum kämpfen, dass es wieder normal ist, dass die Menschen unter Tarifverträgen fallen und diese Fragmentierung und Deregulierung der Arbeit nicht mehr länger akzeptiert wird. Das muss in den Mittelpunkt quasi der gewerkschaftlichen Kämpfe gestellt werden und auch der gewerkschaftlichen Zukunft. Ja, super. Bevor ich dem Podium noch eine letzte Frage für den heutigen Abend stelle, würde ich doch mal den Kollegen Mario Wolf von der IG Metall bitten, kurz nach vorne zu kommen. Die Kollegen haben nämlich eine konkrete antirassistische Aktion für diese Konferenz hier vorbereitet. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie sie aussehen soll, aber der Mario kommt extra nach vorne, um das uns zu erzählen. Ja, hallo, schönen guten Abend auch von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Mario Wolf. Ich bin auch hier im Vorbereitungskreis der Streitkonferenz mit aktiv und bin gemeinsam mit meinen Kollegen aus Mittelhessen hier zur Konferenz angereist. Florian, du hast es eingangs schon ziemlich gut erwähnt. Wir müssen dringend darüber reden, wie wir solidarische Antworten finden können auf diese rassistischen Spaltungstendenzen. Und ich habe selber Anfang des Jahres unmittelbar nach der Kommunalwahl hier in Hessen das erlebt. Ich habe das gemacht. Michaela, ich habe auf einer Betriebsversammlung ein bisschen naiv das mal am Rande thematisiert, wie das Wahlergebnis da kommunal auch war. Und ich muss zugeben, mir ist die Sache ziemlich um die Ohren geflogen. Obwohl es ein relativ gut organisierter Betrieb ist für unsere Verhältnisse, auch mit fitten Funktionärinnen und Funktionären. Aber die Reaktion, die aus dem Plenum zurückkam, hat dann alle überrascht. Ein Fünftel der Kolleginnen und Kollegen haben offen bemängelt, dass Parteiwerbung gemacht wird und sich klar ist, AfD-Sympathisanten und Sympathisanten geoutet, meiner Meinung nach. Wiederum, bei der Entgegnung hat auch ein Fünftel gesagt, naja, so ist es nicht. Was ich damit halt festgestellt habe, ist, dass es eine unglaubliche Polarisierung gibt, auch innerhalb der Belegschaften anhand dieses Themas. Und es sollte für uns auch strategisch, dafür ist auch die Konferenz da, halt nochmal ein Diskussionspunkt sein, wie wir damit umgehen. Weil, Michael, du hast ja auch gesagt, jetzt am Beispiel, in prekären Bereichen, wir können nicht überall sein, als Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre oder als aktive Vertrauenssäule, Betriebsräte, wie auch immer. Und ich glaube, viele hier im Raum sind ja eh schon aktiv in antirassistischen oder antifaschistischen Gruppen vor Ort und bringen sich da ein. Aber eben diese Polarisierung, nämlich drei Fünftel, die sich noch nicht dazu geäußert haben, um die gilt es, finde ich, strategisch zu kämpfen. Und da sollten wir auch vielleicht lernend aus den Prozessen der letzten Jahre, also wie müssen sich Gewerkschaften aufstellen, um vielleicht wieder bessere Organisierungsgrade zu bekommen, also auch ihre Arbeit zu überdenken. Vielleicht müssen wir das auch tun, indem wir vielleicht anfangen, uns eben mit den drei Fünftel der Unentschlossenen zu beschäftigen und denen Sachen an die Hand zu geben, dass die argumentieren, dass die eben nicht die Klappe halten, wenn das dann so losgeht. Und ich erlebe das Bedürfnis tatsächlich auch, dass Leute dann danach auf einen zukommen oder in Einzelgesprächen sagen, hey, irgendwie, aber mir fehlt da was. So, und eine Möglichkeit, es gibt schon sehr viele gute Initiativen, auch schon jahrelang, aber eine gute Sache, die jetzt ins Leben gerufen wurde, Anfang des Jahres, ist das Bündnisaufstieg gegen Rassismus. Ein wichtiger Bestandteil dieses Bündnisses und der ganzen Kampagne ist die sogenannte Stammtischkämpferinnen Ausbildung. Ein sehr sperriges Wort, ihr könnt euch auch ein anderes dafür überlegen. Es geht im Wesentlichen darum, Leute, die unentschlossen sind, die aber auch mal was sagen wollen, fit zu machen mit genau den Sachen, die ihr auch hier analysiert habt. Das kann man auch knackiger verpacken und das muss man auch lokal, regional anpassen. Ja, man hat ja nicht immer Zeit, so lange zu reden. Genau, deswegen, mein Appell an euch, nutzt dieses Schulungskonzept, was da jetzt auch erarbeitet wird, es gibt schon zum Beispiel bei Verdi in NRW, aber auch innerhalb der IG Metall, erste Organisierungsbewegung, dass man anfängt, das flächendeckend umzusetzen. Wir fangen damit gerade im Jugendbereich an, innerhalb der IG Metall, um Leuten halt das Handwerkszeug an die Hand zu geben, der Debatte auch zu entgegnen und Positionen zu setzen und nicht Positionen zu übernehmen. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig und dafür ist dieses Konzept auch da. Das war am Rande. Was haben wir jetzt hier, wir haben jetzt hier eine Konferenz zum Austausch, zum Vernetzen, wir wollen diskutieren, wir wollen aber auch, das hatten wir im Vorbereitungskreis besprochen, auch ein bisschen ein Bild nach außen vermitteln, dass dieses Thema ja einfach nicht nur inhaltlich wichtig ist, sondern auch von der Aktion her. Deswegen werden wir, haben wir vor, wir laden euch ein, versuchen euch dafür zu gewinnen, am Stand von Aufstehen gegen Rassismus in der neuen Mensa, wo ihr auch Materialien dazu findet, findet ihr auch A2-Blätter, ich war vorhin noch mit Jeffrey Raffo, die einkaufen, ja, große Plakate, da könnt ihr mit Eddings eure Botschaften draufschreiben, regional, wie auch immer und wir wollen am Sonntag, wenn hier nochmal das Abschlussplenum stattfindet, gemeinsam hier ein schönes Bild erzeugen, nach außen, was wir auch teilen können und ein klares Signal nach außen setzen, dass diese Konferenz ganz klar Position bezieht. Deswegen hoffe ich, ihr seid dabei, schaut einfach mal die nächsten Tage in der neuen Mensa unten vorbei, macht euer Schildchen, vielleicht auch für euren Betrieb, wie auch immer, haltet es dann hiermit hoch am Sonntag, ich hoffe seid dabei. Dann, gemeinsam gewinnen, Solidarität statt Ausgrenzung. Schönen Abend noch. Ja, ich würde jetzt, also, ich werde eigentlich noch zwei Fragen vorgesehen, aber es dauert ja doch immer alles länger und habe ich so viel geschwärmt von den Schnittchen, die auf euch warten, den kalten Cocktails, dem kalten Bier und so, dass ich sagen würde, wir dampfen die auf eine Frage zusammen, nehmen uns zu dir aber auch ein bisschen Zeit, sodass wir so gegen 20 nach 9 oder so hier fertig sind. Wir haben 20 Minuten später auch angefangen, ne? Ja? Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. Ich würde sozusagen zum Schluss noch mal mit euch den Blick so ein bisschen nach vorne richten wollen, nachdem wir jetzt ja viel Analyse des Ist-Zustandes gemacht haben, eine Ursachendiagnose zum Aufstieg der AfD noch mal den Blick nach vorne richten. Ich meine, Bernd hat es ja eben schon angesprochen, wir erleben Spaltungslinien ja nicht nur zwischen Geflüchteten oder Leuten, die schon länger hier sind, sondern ja auch zunehmend zwischen Kern- und Randbelegschaften, zwischen tarifgebundenen und ungebundenen Beschäftigten und ich glaube, eine Frage, die wir die ganze Konferenz hier auch diskutieren werden, aber heute noch mal aufrufen sollten, ist die Frage, wie eine Politik gemeinsamer Interessen und Solidarität in einer derart gespaltenen, fragmentierten Arbeitswelt überhaupt funktionieren kann. Und um das noch so ein bisschen konkreter zu machen, ich meine, die Gewerkschaften fordern seit langem gute Arbeit, die Linke propagiert ein neues Normalarbeitsverhältnis, aber die Frage ist ja, es gibt große Überschneidungen und Ähnlichkeiten, aber wie kommen wir in diesen ganzen Fragen wieder in die Offensive? Wir haben ja bei Mindestlohn und bei TTIP gesehen, dass gemeinsame Kampagnen der Gewerkschaften gemeinsam mit sozialen Bewegungen, mit fortschrittlichen linken Kräften und so weiter einiges bewirken können. Bei Mindestlohn hat es geklappt, bei TTIP hat es geklappt. Wäre zum Beispiel die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen ein Mittel, um diese Spaltungslinien zu bekämpfen und zu überwinden und zurückzudrängen oder was könnten andere konkrete Maßnahmen sein, um eben gemeinsam stärker in die Offensive zu kommen und um Spaltungslinien zu überwinden und gemeinsame Interessen zu formulieren? Große Frage, wir diskutieren heute insgesamt große Fragen, aber ich freue mich auf eure Antworten und ich würde sagen, wir machen einfach in der weiter, in der gewohnten Reihenfolge. Um die Frage nach einer generellen Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu beantworten, das kann ich jetzt tatsächlich nur aus meiner Sicht und ich gestehe, dass ich nicht glaube, dass das die Antwort auf die Fragen ist, die wir brauchen. Was wir in allererster Linie brauchen, ist ein starker, ein hoher Organisationsgrad. Wir brauchen Mitglieder, wir brauchen Menschen, die sich mit unseren gewerkschaftlichen Zielen identifizieren und die auch endlich verstehen, dass sie uns brauchen. Das erreichen wir nicht durch den von dir eben genannten Schritt, dass wir die Allgemeinverbindlichkeitserklärung dann quasi per Gesetz haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das würde eher dazu führen, dass die Leute sich noch weniger verantwortlich fühlen für ihre Arbeitsbedingungen und wir sind für unsere Arbeitsbedingungen natürlich auch ein Stückchen weit mitverantwortlich, wenn wir denn auch etwas, wenn wir denn noch etwas ändern wollen. Nein, du hast es eben geschildert, wir haben das große Problem, dass immer weniger Betriebe überhaupt noch tarifgebunden sind. Das haben wir Gewerkschaften insgesamt, das hat auch die große IG Metall und das haben Verdi und wir noch stärker mit unseren kleinen und kleinstteiligen Betrieben. Die Arbeitgeber schleichen sich, stehen sich immer mehr aus der Verantwortung und Verdi macht gerade ja das spannende Projekt, Betriebe wieder in die Tarifbindung zurückzuholen, auch mit viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist wirklich wichtig. Das heißt, wir müssen das auch immer und immer wieder skandalisieren, was das eigentlich heißt, wenn Arbeitgeber erklären, sie treten aus dem Arbeitgeberverband aus. Wir müssen das skandalisieren, dass Arbeitgeberverbände die Möglichkeit anbieten, dass ihre Mitglieder dort ohne Tarifbindung Mitglied sein können. Was für ein Schwachsinn ist das eigentlich und wieso wird das erlaubt? Das ist, finde ich, ganz ungeheuerlich und solange es diese Möglichkeiten gibt, werden sie genutzt und das schwächt uns natürlich. Unsere Antwort darauf ist dann wieder Organisation, das heißt, wenn wir genügend Menschen in Betrieben haben ohne Tarifbindung, dafür zu sorgen, dass wir dann zum Haustarifvertrag kommen. Wir brauchen aber eigentlich den starken Flächentarifvertrag, weil dann sind wir wieder bei der Frage der Solidarität auch untereinander und miteinander. Das ist unsere Stärke auch gegenüber Arbeitgebern. Das macht uns selber auch stark. Ich glaube also nochmal, wir werden das Ziel der Allgemeinverbindlichkeit quasi per Gesetz, das ist ja glaube ich das, was du eben gesagt hast, wird uns nicht weiterhelfen. Wir haben die Möglichkeit heute schon zu versuchen, Tarifverträge allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Gelingt nicht immer, gelingt aber, hat gerade in der Frage der betrieblichen Altersversorgung hin und wieder tatsächlich auch geklappt. Das ist auch an der einen oder anderen Stelle auch wichtig, ich gebe auch zu, wir würden sicherlich es auch begrüßen, wenn an der einen oder anderen Stelle unserem Begehren, unseren Ansinnen dann auch Rechnung getragen würde für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Nur die Antwort glaube ich auf diese Frage ist tatsächlich eine ganz andere, nämlich dass wir uns solidarisieren über Gewerkschaftsmitgliedschaft. Und der Mindestlohn, die Kampagne Mindestlohn war deswegen so erfolgreich, weil wir sie innerhalb der Einzelgewerkschaften gemeinsam gefahren sind. Sie wurde im Übrigen auch dann erst erfolgreich, als es uns gelungen ist, im DGB tatsächlich Einigkeit darüber herzustellen, dass wir alle finden, dass der Mindestlohn wichtig ist. Dann wurde sie tatsächlich erfolgreich und das Ergebnis haben wir jetzt, das haben wir jetzt ja auch endlich. Das werden wir, um da auch ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, das werden wir bei der Frage Allgemeinverbindlichkeitserklärung, da bin ich mir ganz sicher, nicht schaffen, egal wie viele Jahre wir dafür auch kämpfen würden. Ja, Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, ja, haben ihre Vor- und Nachteile. Aber ein ganz wichtiger Vorteil, wir haben die Situation öffentlicher Ausschreibungen. Wir haben die Situation zum Beispiel im Bewachungsgewerbe. Wir sitzen hier jetzt gerade in Frankfurt. Die Stadt Frankfurt hat regelmäßig bei der Bewachung der Museen, und das sind, in Frankfurt ist das durchaus ein Wirtschaftsfaktor, da sind mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen in der Bewachung eingesetzt, bei der Gewichtung Preis-Qualität 100% Preis gesetzt. Punkt. Tarifbindung, egal. So, jetzt haben wir da einen Allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, ja, aber nur für die Löhne, Löhne und Gehälter und nicht für die Zuschläge. Das heißt also, Firmen, die entsprechend über Verbandsmitgliedschaft tarifgebunden sind, hatten fast keine Chance, solche Aufträge zu kriegen. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Wir hatten hier im DGB-Haus Anfang des Jahres auch mal eine Diskussion mit dem zuständigen Dezernenten bei der Stadt Frankfurt. Der wurde etwas kleiner dann bei der ganzen Sache, aber wirklich geändert hat er dann auch nichts da dran. Also das sind einfach Dinge, wo eine Allgemeinverbindlichkeit, wo wir auch sagen würden, am liebsten auch noch eine Allgemeinverbindlichkeit von Zuschlägen, Sonnenfeiertags-Nachtzuschläge, damit da im Prinzip klar ist, dass keiner auf den Kosten der Kolleginnen und Kollegen sich in den Auftrag reindampen kann. Weil in der Bewachung und in vielen anderen Bereichen geht es um Centbeträge bei den entsprechenden Ausschreibungen und dort die wenigen Firmen, die wenigstens einigermaßen vernünftig arbeiten, haben dann im Prinzip keine Chance mehr. Das also einmal pro Allgemeinverbindlichkeit die ganze Sache und wir können eben Arbeitsbedingungen über dem Mindestlohn darüber absichern. Wir sind jetzt in Hessen im Bewachungsgewerbe, ist immer noch viel zu wenig, aber eben auch jetzt bei 9 Euro in der niedrigsten Lohngruppe. Das Ganze, ja, aber natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, das darf jetzt nicht darin ausarten, dass wir mehr oder weniger eine Stellvertreterpolitik machen und dass ich die Kolleginnen und Kollegen zurücklehne, super, ist doch alles geregelt, also brauchen wir uns nicht mehr zu organisieren. Das kann es nicht sein. Das heißt also, entsprechend eingesetzt dort, wo wir es brauchen und es gibt sicherlich eine ganze Menge Bereiche, wo man sagen kann, wenn ihr euch nicht organisiert, dann werden wir auch nicht dafür sorgen, dass ihr über eine Allgemeinverbindlichkeit, ihr gute Arbeitsbedingungen quasi geschenkt bekommt. Nein, ihr müsst euch selbst organisieren, ihr müsst sie euch erkämpfen und wir müssen das entsprechend durchsetzen. Also das dazu, zweischneidiges Schwert, prinzipiell gerade jetzt, ich glaube, wir haben es jetzt mal festgestellt, mein Fachbereich in Hessen stellt zusammen mit Peter Martin wahrscheinlich die Masse der Anträge an auf Allgemeinverbindlichkeit in Hessen und ich denke mal, das wird auch in Zukunft so bleiben. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir eine kontroverse Debatte. Ich bin da gänzlich anderer Meinung. Ich glaube, dass die Frage, wenn man gegen Prekarisierung und Deregulierung kämpfen muss, braucht man einerseits eine wirkliche Regulierungsoffensive für ein neues Normalarbeitsverhältnis und man braucht praktisch eine Idee, wie man die Tarifbindung wieder zur Regel macht. Und ich glaube, dass man völlig von der Wirklichkeit entfernt ist, wenn man meint, das könnte man nur mit betrieblichen oder tariflichen Mitteln erreichen. Wir hatten im Einzelhandel nur als Beispiel 2001 noch einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Die Tarifbindungsquote war bei 91 Prozent. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Übrigen auf dem Höhepunkt in diesem Bereich während der Allgemeinverbindlichkeit. Das ist heute viel schlechter. Wir hatten dann zwei wirklich heroische Kämpfe mit Riesenstreikbewegungen. Ich weiß, wovon ich rede, weil Stuttgart war dort im Mittelpunkt des Geschehens. Dort hatten Streikende im Einzelhandel bei H&M und anderen zum Teil 80 Streiktage auf dem Buckel. Dieser Tarifkonflikt ging jeweils über ein Jahr. Nicht am Stück, aber immer wieder. Die Kolleginnen haben dort mit richtig gutem Kampf, mit einer völligen Minderheit quasi der Beschäftigten, den Flächentarifvertrag wieder erkämpft. Heute haben wir eine Tarifbindungsquote von nicht mal mehr 35 Prozent. Das heißt, nur noch ein Drittel der Beschäftigten ist im Tarifvertrag. Neueste Entwicklung ist, dass Real, eine große Kette von Metro, aus dem Tarifvertrag rausgekommen ist. Die Antwort von Verdi war, wir machen dort einen Haustarifvertrag mit schlechteren Bedingungen. Wir haben bei den Marktführern, bei EDK und REWE quasi einen Ausgliederungsstand der Läden in Franchise-Nehmern, also selbstständige Unternehmen, diese einzelnen Filialen von inzwischen bis zu 90 Prozent in manchen Regionen. Wie Verdi dort einen erfolgreichen Häuserkampf bei Tausende von Filialen mit 40 bis 60 Beschäftigten oder 80 Beschäftigten führen will, um die wieder in Tarifvertrag reinzubringen, ist mir ein völliges Rätsel. Bei der Ressourcenknappheit und bei der zerfransten Struktur im Einzelhandel, ich halte das für völlig unmöglich. Insofern verstehe ich nicht, warum in diesen Bereichen nicht wirklich richtig große Kampagnen für die Allgemeinverbindlichkeit gemacht werden und richtige Kämpfe, weil sonst kannst du diese Deregulierung überhaupt nicht aufhalten. Das ist eine völlige Illusion. Der restliche Drittel wird auch nicht im Tarifvertrag bleiben und wenn die Marktführer 90 Prozent ihrer Beschäftigten nicht mehr im Tarifvertrag haben, wen hast du überhaupt noch als Gegenüber, mit dem du Tarifverträge verhandeln willst? Und wie lange dauert es, bis es dort quasi einen Organisierungsgrad gibt, der das wiederherstellen kann? Also das halte ich für fast unmöglich. Und ähnliches haben wir im Übrigen in anderen Bereichen. Wir führen jetzt seit Jahren einen Streik bei Amazon mit einer hohen Befristungsquote, mit mit deregulierten Arbeitsbedingungen. Ich finde es super, was dort gemacht wird mit diesen Streiks, aber es geht kein Millimeter weiter in Richtung Tarifvertrag. Es hat viele Gründe. Einer ist auch, dass man das natürlich begleiten muss mit politischen Kampagnen, sonst zwingt man so einen Konzern nicht in die Knie. Selbst in der oberstarken Metall- und Elektroindustrie ist die Tarifbindungsquote gerade noch 51 Prozent. Das heißt, auch in der Metall- und Elektroindustrie wird es nicht mehr lange dauern, bis nur noch eine Minderheit in der Beschäftigten in Tarifverträgen ist. Und deswegen würde ich quasi die Frage Häuserkämpfe, Tarifkämpfe und politische Frage der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen überhaupt nicht gegeneinander stellen. Sondern ich würde sagen, dass alle drei Schritte zwingend sind. Du musst quasi betriebliche Häuserkämpfe führen, um die Betriebe wieder in den Tarifvertrag zu führen. Entweder über Haustarifvertrag oder direkt in den Flächentarifvertrag. Ich könnte auch ein paar Beispiele sagen. Wir haben bei Sarah im Einzelhandel, die haben mitgestreckt beim Flächentarifvertrag, obwohl sie keinen hatten. Und als er abgeschlossen war, hat man dort einfach so lange weiter gestreikt, bis sie im Tarifvertrag aufgenommen wurden. Es war eine tolle Antwort, wird aber nicht überall so gelingen. Es gibt viele Beispiele, wo man sagen kann, dort kann man diese Häuserkämpfe anfangen. Es muss auch tarifliche Kämpfe geben, um Tarifbindung, um Leiharbeitsquoten, um Auseinandersetzungen, die Befristungen zurückzudrängen. Wir haben da tolle Beispiele. Wir haben bei H&M Aktionen gemacht, wo die Leute T-Shirts getragen sind, als die Befristungen nicht verlängert wurden während der Verkaufszeit, wo sie draufgeschrieben haben, Aische, wir brauchen dich, weg mit den Befristungen. Das gehört viel Mut dazu, das bei den Kunden zu tragen und das zu einer Aktion zu machen. Ich glaube, diese Beispiele von solchen Organisierungsansätzen, dass man die Leute organisiert, dass man betriebliche und tarifliche Kämpfe macht, die müssen wir verbreiten. Das ist auch der Sinn solcher Streikkonferenzen, dass die verallt gemeinert werden und überall solche lokalen und betrieblichen Kämpfe geführt werden. Das stärkt das Bewusstsein. Aber ich finde, die müssen unbedingt mit dem politischen Mandat verbunden werden. Wir kämpfen nicht schon so lange gegen Leiharbeit. Wenn du das nicht politisch reguliert kriegst, dann wird die weiter steigen. Das kriegt man eben nicht eingefangen, nur durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Vor allen Dingen, wenn dann der DGB nur sagt, eine Verschlechterung des Leiharbeitsgesetzes ist auch noch gut, nur weil es Sinales macht, wie wir es jetzt erlebt haben. Deswegen, ich glaube, die Tarifbindungsfrage ist überhaupt eine Zukunftsfrage für die Gewerkschaft. Das brauche ich doch niemandem erklären von der Gewerkschaft. Wenn du keine Tarifverträge mehr abschließen kannst, mit was wirbst du denn noch für die Gewerkschaft? Und das ist doch wirklich eins der drängendsten Fragen. Und letzter Punkt, man muss das nicht so gesetzlich regeln. Ich bin dafür, wir brauchen ein Gesetz, dass es ausreichend ist, wenn eine Tarifpartei die Allgemeinverbindlichkeit beantragt. Und dann kann die Gewerkschaft entscheiden, ob sie es beantragt oder nicht. Und wenn sie der Meinung ist, das ist gut, wenn ich es beantrage, dann soll sie es beantragen. Wenn sie der Meinung ist, sie kann das besser durchsetzen, ohne Allgemeinverbindlichkeit, soll sie es bleiben lassen. Aber du brauchst quasi einen politischen Rahmen und eine politische Regulierung, die dir ermöglicht, wieder Tarifverträge zu regeln machen. Und ich will nur an andere Länder verweisen. Wir haben in der Schweiz zum Beispiel kaum einen niedrigen Lohnsektor und ganz wenig prekäre Arbeit, weil es fast üblich ist, dass mit dem Abschluss von Tarifverträgen die für allgemeinverbindlich erklärt werden. Wir haben in den nordischen Ländern quasi bestimmte Leistungen an Tarifverträge gebunden und an die Gewerkschaftszugehörigkeit. Wenn du da nicht drin bist, kriegst du den Tarifvertrag nicht und kriegst keine Altersversorgung oder andere Zusatzangebote. Wenn du solche Sachen nicht durchsetzen kannst. Das sind doch zwei verschiedene paar Stiefel. Nein, das gehört in dem Fall wirklich nicht zusammen, weil sie eine deutlich geringere Prekarisierungsquote haben als in Deutschland. Leute, wir haben in Deutschland mit die höchste Prekarisierungsquote in allen Industrieländern. Das muss man doch endlich als Herausforderung begreifen, bevor es die Gewerkschaften nicht mehr gibt. Wir haben noch sechs Millionen Gewerkschaftsmitglieder bei einem Höchststand der Beschäftigten von 43 Millionen. Ja, warum denn? Weil es praktisch den Gewerkschaften nicht mehr möglich ist, diese ganzen Gruppen noch anzusprechen. Wenn wir das nicht endlich realisieren und zur zentralen Zukunftsfrage machen, werden die Gewerkschaften schwächer und schwächer werden. Und das heißt, offensive Wahrnehmung des politischen Mandates und Regulierung auch auf der politischen Ebene, nicht als Ersatz für tarifliche Kämpfe und für betriebliche, aber als wichtige Rahmenbedingungen, die dir die betrieblichen Kämpfe erleichtern. Matthias und ich streiten uns jetzt gerade um die Antwort, Bernd, auf die Entgegnung. Ich darf ganz kurz und dann gebe ich es Matthias weiter. Ich würde sagen, ich finde, das ist eine spannende Kontroverse, die sollten wir noch zumindest kurz noch mal diskutieren und austragen. Auf jeden Fall, alle beide sollen noch mal zu Wort kommen. Du hast ja in ganz vielen, was du sagst, recht, Bernd, und das ist ja auch ausgesprochen sympathisch. Trotzdem, ich glaube nicht, dass das die Antwort sein wird. Also zunächst einmal, um meinen Tarifvertrag allgemeinverbindlich zu erklären, brauchen wir zunächst einmal. Und dann ist es so, wir haben ja auch nicht nur die tollsten Tarifverträge. Es gibt Tarifverträge, von denen wollen wir gar nicht, dass sie allgemeinverbindlich erklärt werden. Ja. Was haben wir denn damit bitteschön erreicht? Nur, dass allgemein, damit haben wir der Prekarisierung überhaupt nicht, keinen Vorschub geleistet. Und dann noch etwas, es ist ja nur nicht so, dass es, um das zu Ende zu spinnen, dass wir in der Schweiz nicht das Problem des Rechtspopulismus hätten. Wenn wir es damit verhindern könnten, wäre es ja schön, können wir aber nicht. Weder in der Schweiz noch haben wir die Möglichkeit, damit in Skandinavien, in Norwegen oder in Schweden, in Dänemark, das damit geschafft. Nein, es ist nicht so einfach. Und nochmal, ich glaube, eine allgemeinverbindliche Erklärung wird uns in dieser Frage nicht weiterhelfen. Auch wenn du sagst, dass wir nur noch sechs Millionen Mitglieder haben, ja, da hast du recht, aber wir kriegen da doch nicht ein einziges Mitglied mehr. Ach, Bernd, das wäre, ich glaube, wenn dem so wäre, dann würden wir Gewerkschaften alle Hurra schreien und wären die Ersten, die das wirklich wollten, wenn das ein Mittel wäre. Wir haben doch Tarifverträge, wir haben doch Tarifverträge, die sind allgemeinverbindlich. Wir haben sogar Manteltarifverträge, die allgemeinverbindlich sind. Das heißt, die Regeln, die Zuschläge, die Menschen haben einen Anspruch auf die Zuschläge. Das bringt uns nicht ein einziges Mitglied mehr, mussten wir am Ende der Zeit feststellen. Das ist einfach so. Also, Bernd, wäre es so einfach, wäre es wunderbar, aber das ist es eben nicht. Wir müssen das andersrum machen. Erstmal, die Mitglieder erstmal organisieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann regelt sich der ganze andere Kram von allein. Ja, auch nochmal kurz. Also, Bernd, ich habe es eben mal angedeutet. Ich glaube, einen guten Teil der Anträge auf AVE in Hessen habe ich gestellt in der letzten Zeit. Peter Martin hat dann jeweils das Vergnügen, im Tarifausschuss zu sitzen und darüber zu entscheiden, mit den Arbeitgebern sich darum zu ärgern. Und da gebe ich dir vollkommen recht, um seine Arbeit zu erleichtern. Die jetzige Regelung des Tarifvertragsgesetzes und die Erleichterung, die ja wirklich keine ist, das ist ein Hohn. Da muss dran gearbeitet werden. Das ist vollkommen so. Und AVE, Allgemeinverbindlichkeitserklärung, ist ein ganz wichtiges Instrument. Ist überhaupt nicht das Thema. Aber es gibt eben auch Punkte, und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten damals den ersten Mindestlohntarifvertrag in der Bewachung, der dann auch im Entsendegesetz drin war. Das hat uns kein einziges Mitglied mehr gebracht. Das hat uns geholfen, in einigen Bundesländern das Lohnniveau deutlich anzuheben. Es hat aber letztendlich kein einziges Mitglied uns wirklich weder in Hessen noch in anderen Bundesländern mehr gebracht. Und gerade unser Fachbereich ist ein absoluter Verfechter von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen. Wir würden sofort, wenn es die Möglichkeit gäbe, und wenn wir von der Politik das Signal hätten, hätten wir auch den Arbeitgeberverband sofort an unserer Seite, zu sagen, dass wir einen Zuschlagstarifvertrag für das Bewachungsgewerbe machen würden. Zitat Arbeitgeber, ihr könnt die Zahlen für die Zuschläge dort einsetzen, solange wir die Allgemeinverbindlichkeit kriegen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Nur Mitgliederwerbekampagne ist das nicht. Darf ich jetzt nochmal? Aber das ist doch kein Argument, Leute. Also Entschuldigung, dass man Mitglieder nicht durch Gesetze erreicht, sondern durch Kampf für Gesetze oder für Tarifverträge ist doch eine Binsenweisheit. Ihr habt wahrscheinlich aber auch kein Mitglied verloren durch die Allgemeinverbindlichkeit. Naja, das ist, ich weiß ja nicht, also im Einzelhandel konnten wir vielen Leuten nicht helfen. Also wenn die keinen geringen Lohn kriegen und du hast keinen Tarifvertrag oder die Arbeitszeiten sind für sie nicht geregelt, bin ich mal gespannt, wie man denen dann hilft. Also die einzige Antwort ist dann, organisiert euch und erkämpft euch erstmal einen Tarifvertrag. Da weiß ich nicht, ob man nicht leichter Gewerkschaftsmitglieder kriegt, wenn man sagt, wir haben einen Tarifvertrag, der ist allgemein verbündlich, wir setzen den für dich durch. Also ich glaube nicht, dass man mit den Mitgliedern argumentieren kann. Die Mitglieder kriegt man dadurch, dass man Streiks und Kämpfe führt. Das ist erwiesen. Oder indem man genügend Leute in den Betrieben hat, die quasi Mitglieder organisieren, die die Gewerkschaft verkörpern und die Leute ansprechen. Das muss man aufbauen, das ist eine mühsame Arbeit. Aber es geht doch hier um die Deregulierung, dass quasi die Regulierung von Arbeitsverhältnissen permanent zurückgeht. Also wenn die Tarifbindung unter 50% sinkt, dann heißt das, 50% haben keinen Tarifvertrag mehr. Und wir wissen, die Löhne in den nicht tarifgebundenen Bereichen sind bis zu 20% niedriger. Geschweige mal von den sonstigen Arbeitsbedingungen. Es gelingt offensichtlich seit Jahren nicht, das mit den herkömmlichen Methoden zu regulieren. Das drückt doch aber auf alle anderen. Also es ist doch völlig klar, wenn du im Einzelhandel nur noch ein Drittel in der Branche von zweieinhalb Millionen beschäftigen, keine kleine, so groß wie die Automobilindustrie, hast du noch ein Drittel quasi im Tarifvertrag. Du kannst dir ausrechnen, wie lange das Drittel noch drin ist und wie lange quasi die Verdi in diesem Bereich überhaupt noch Tarifverträge machen kann. Ich vermute, das wird nicht mehr lange dauern. Dann werden die überhaupt keine Tarifverträge dort mehr hinkriegen, weil sie gar niemanden mehr haben, mit dem sie wandeln können und wo sie Tarifverträge machen können. Also wenn ich das angucke, ist die Antwort mir echt so dürftig. Sondern da muss ich schon mir überlegen, wie ich quasi eine Regulierung wieder reinkriege durch Tarifverträge. Und zwar nicht für eine Minderheit der Beschäftigten. Sonst kriege ich ein Riesenproblem. Und ich habe ja nicht gesagt, dass Tarifallgemeinverbindlichkeit quasi jetzt die Generalantwort ist. Ich habe drei Sachen gesagt. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Regulierungsoffensive und die muss stattfinden in den Betrieben, auf der betrieblichen Ebene, auf der tariflichen Ebene, aber eben auch auf der politischen Ebene. Weil seid eben politisch dereguliert wurde, sind doch die Gewerkschaften so schwach geworden und konnten die Tarifverträge für viele Bereiche nicht mehr durchsetzen. Die Konsequenz muss doch eine umgekehrte sein. Ich muss wieder mehr regulieren und muss praktisch wieder gucken, dass ich Tarifverträge als Regel für die Leute durchsetze. Und ich plädiere sehr dafür, diese verschiedenen Kampfebenen miteinander zu verbinden. Also dass man sagt, ich muss quasi die betrieblichen Auseinandersetzungen und die tariflichen mit dem politischen verbinden und zu gucken, dass ich neben dem Druck auf die Arbeitgeber oder auf die Unternehmer oder aufs Kapital auch Druck auf die Bundesregierung mache, quasi wieder Arbeitsverhältnisse vernünftig zu regeln. Wenn man das nicht macht, dann gleicht quasi, ich sage das schon, seit ich Gewerkschafter bin und merke ja, wie die Gewerkschaften nicht stärker, sondern schwächer werden, wenn man es nicht macht. Also ich weiß ja, dass das mit Appellen nicht getan ist. Aber wenn ich das nicht hinkriege, gleicht die Gewerkschaftsarbeit ein Stück dem Sisyphus. Jedes Mal, wenn du was neu reguliert hast, fällt dir auf der anderen Seite quasi der Stein wieder runter und es entstehen zig neue deregulierte Bereiche und Branchen, wo du nicht mehr in der Lage bist, irgendwas zu regulieren. Und deswegen kommen die Gewerkschaften nicht drum herum, hier ihr politisches Mandat ernsthaft wahrzunehmen und dafür auch zu mobilisieren. Und ich glaube, die Leute wären auch bereit, weil sie satt haben, aus diesem Hamsterrad nicht mehr rauszukommen. Ich glaube, wer hat noch eine Chance, quasi dort eine Offensive zu machen. Es kann aber sein, dass das irgendwann mal so zerbröckelt ist, dass das fast unmöglich ist, die Leute noch auf ein gemeinsames Interesse festzulegen. Und ich finde, das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe. Ich will noch einen Satz sagen auf die Gefahr, dass es zu lang wird. Ihr habt auch alle dieses Buch gelesen von diesem Eribon. Rückkehr nach Reims, schreibt man es. Der hat dort, ist der Frage nachgegangen, warum denn seine Eltern, er kommt aus dem Arbeiterhaushalt, die immer Kommunisten gewählt haben, die letzten Jahre quasi Le Pen wählen. Und er hat diese Frage mit drei Sachen beantwortet, die, glaube ich, auch für uns als Linke, Gewerkschafter und Linke ganz wichtig ist. Das Erste hat er gesagt, es hat damit angefangen, dass insbesondere die Sozialisten nicht mehr über Klasse und über die Lebensfragen der Leute diskutiert haben, sondern über Individualisierung, über Postmoderne, über alles mögliche Zeugs, über Gestaltung der Welt, die sie nicht mehr gestaltet haben, aber nicht mehr angesetzt haben an den Fragen, wo die Leute berührt und dem eine klare Sprache gegeben haben. Und das Zweite hat er gesagt, die Arbeiterklasse in Frankreich war zum Teil immer schon rassistisch oder hatte rassistische Ansätze gehabt, haben die Kommunisten zum Teil sogar gepflegt und homophobe Ansichten, aber die waren nicht identitär. Das heißt, sie haben links gewählt und in Kauf genommen, dass sie da vielleicht eine andere Auffassung haben. Identitär war, dass sie sich zugehörig gefühlt haben zu einer Klasse und begriffen haben, wir sind auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Und die Rechten zählen zur anderen Seite. Auch wenn sie einzelne Punkte haben, die sie vielleicht unterstützen. Und das Bewusstsein, dass man irgendwie in der Gesellschaft nur was erreichen kann, wenn man diese Klassenauseinandersetzungen führt. Und ich bin sehr dafür, diese zwei Grundsätze auf die linke Politik bei uns zu übertragen. Weil wenn es den Rechten gelingt, quasi Flüchtlinge und Fremde als Sündenböcke aufzubauen, dann musst du die wahren Verantwortlichen nennen. Und die sind nicht die Flüchtlinge. Und du musst quasi die Klassenidentität stärken und bewusst machen, dass du eben nur was erreichen kannst, wenn du als Klasse gegen eine andere Klasse kämpfst. Und dem müssen wir eine Sprache und eine Orientierung geben. Das ist jetzt leicht dahergeschwätzt, das weiß ich auf Schwäbisch, aber es ist trotzdem die Aufgabe, die ansteht, glaube ich. Vielen Dank, Michaela Rosenberger, Matthias Venema und Bernd Rixinger für diese spannende, am Schluss auch noch kontroverse Diskussion, die auch die nächsten Tage fortgeführt werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank.